Er ist eine Show-Legende, den die ARD lange besser versteckt hat als der RBB die Massagesessel. Er ist der langlebigste Late-Night-Talker, leitet den wohl amüsantesten Fahrdienst Deutschlands und macht etwas, was man sich von Postboten und DHL-Booten mittlerweile vergeblich wünscht. Er kommt. Und er klingelt sogar. Herzlich willkommen, P.M. Krause. Dankeschön. Auslassen. Pierre, ist das schon die Zeitenwende? Also man kriegt keinen Arzt mehr, jetzt machen die Komiker die Hausbesuche? Ich weiß auch nicht, ich bin gerade total abgelenkt, weil ich mich gerade entschuldige, das ist eine Frage, ich beantworte. Hat jemals in einer Talkshow jemand so ein Schaumkopfküssen gegessen? Ich habe den Schokokuss gegessen und zwar exakt bevor die Sendung losgegangen ist. Ja, aber vor der Sendung. Das wird ja sozusagen Kredenz, dass man es während der Sendung ist. Und wenn ich dran kommen würde, ich hätte die Schale schon leer. Möchtest du dran haben? Hier, aber das ist zu den Zähnen und alles. Soll ich dir das schälen? Aber ich habe doch noch Hände. Aber das ist doch wirklich die Zeit, das kann man doch nicht essen, ohne wirklich bescheuert dabei auszuziehen. Jetzt muss aber nicht das ganze Futter zu mir. Nicht das der Hund jetzt, nicht das Schokokuss. Der Hund kriegt ihn vom Tisch. So. Entschuldige, ich war verbillt. Mir läuft gerade das Wasser. Aber ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, dass ich auch einen esse. Ja, sehr guter Zeit. Ich bin auch mittendrin. Sehr guter Zeit. Jetzt soll, jetzt habe ich hier... Herr Laumann, haben Sie eigentlich schon unseren Kölner Dom aus Käse bewundert? Ach, das soll der Kölner Dom sein? Ja. Du bist doch nur Kölner. Wenn die Hälfte gegessen ist, ist es das Freiburger Münster. Das ist richtig. Sehr gut. Siehst du? Deswegen bist du auch einer der intellektuellsten. Das wird unter allen Dritten weitergegeben. Der SNR übernimmt diesen Käse. Du hast ja jetzt nun, also in deiner Sendung Krause kommt, da hast du ja nun schon so manchen Hausbesuch gemacht. Und das, was wir jetzt hier gerade vorfinden, dass da Käse und Weintrauben sich auf einem Teller paaren, das war doch etwas, was dir so, das hat dir doch, das ist ja doch so übel aufgestoßen. Hast du, Pierre, nicht in der Sendung gesagt, dass du das also kaum erdulden kannst, dass Käse und Weintrauben... Du möchtest keine Weintrauben. Ja. Ich war schon mal bei Isabel zu Hause, muss man nur zu sagen. Ja, wir haben das mal zusammen gemacht. Und wir haben auch Krause kommen getrieben. Ich war immer noch ganz viel darauf angesprochen. Ich finde, Weintrauben braucht kein Mensch neben Käse. Aber du kommst da ganz weit klar damit. Ja, ich sehe kein Brot. Was soll ich denn tun? Ich sehe kein Brot. Deswegen mache ich das wohl oder übel. Ja, ist auch für die Leute. Ich sehe, du hast... Ich habe das erste Thema, ich habe das gebrochen jetzt. Ich sehe, du hast diese Aversion erfolgreich überwunden. Und das ist ja, also... Ja, es hat auch eine heilende Funktion, wenn ich zu Besuch komme. Ich wollte mich... Du bist wie in so einem Noah-Gordon-Roman. Du ziehst einfach über die Lande und heilst die Menschen. Genau, genau. Was... Soll ich mal zu dir kommen, Micky? Ähm, man würde es... Ich glaube, es gäbe einiges zu kurieren. Ich glaube auch. Ich glaube, das Problem ist, meine Bude ist konsequent unaufgeräumt. Ich war mal bei dir im Hotelzimmer. Die Geschichte nimmt jetzt keinen komischen Verlauf. Bitte. Weil du so nett warst. Ja, stimmt. Weil du so nett warst. Weil ich hatte noch einen Fernsehauftritt. Ich bin oft verpeilt und vergesse Sachen. Ja. Und ich hatte nichts mehr zum Anziehen. Richtig. Und dann wolltest du mir was leihen. Dann war ich in deinem Hotelzimmer. Und es ist wirklich so... Man kann sich das nicht vorstellen. Darf ich das sagen? Zu spät? Ich habe schon angefangen. Überall wirklich... Das stimmt. Also die Socken, einzelne Socken liegen über Stuhllehnen. Aber nur eine Socke, wo man sich... Wo ist der andere? Der trägt ja wahrscheinlich... Ich weiß, wo die andere ist. Einzelnen Socken kenne ich mir jetzt aus. Ja. Ja, das ist so. Ich glaube, ich wäre... Das will man gar nicht glauben. Ich wäre dafür echt ungeeignet, weil ich dann doch so die privaten vier Wände dann privat lasse. Ich würde mir wahrscheinlich für jede andere Prominente eine sehr teure Wohnung einfach mieten für die Produktion. Ja. Und sagen, das ist alles meint. Das habe ich ja gehört. Das hat man früher bei... Messi ist es... Nee, Messi nicht. Also Messi ist jetzt wirklich übertrieben. Unordentlich. Unordentlich. Ja, unordentlich. Und ich bin zu häufig weg. Ich bin zu häufig weg zum Aufräumen. Ja, das bin ich aber auch. Das ist keine Ausrede. Das ist keine Ausrede? Nein. Also die kurze Zeit, die man da ist, will man es ja auch schön haben. Du bist ja immerhin zwei Tage da. Du bist ja zwei Tage bei diesen prominenten Personen. Und hast du das Gefühl, dass sie extra für dich sauber machen, dass da nochmal ein Reinigungstrupp durchgegangen ist? Ehrlich gesagt, ja. Ich glaube schon. Also ich glaube schon. Und es gibt ja auch oft so, das war bei dir ja auch so, dass man so vorher ein bisschen abspricht, welche Zimmer sind tabu? Ich glaube, das Schlafzimmer war so. Das war zum Beispiel tabu. Und ich vermute mal, dass man dann alles, was an, also nicht Unerat, aber Unordnung in der Wohnung sich befindet, man das alles in diesen einen Raum hineinstopft. Nee, also ich mag es ordentlich, wirklich. Ja, das stimmt. Ich mag es ordentlich. Also es ist nicht vorher anders gewesen. Du bist gekommen, wie es bei uns ordentlich ist. Du musstest bei Isabel ja sogar die Schuhe ausziehen, weil es Pipi-Schuhe sein könnten. Ja. Hast du gesagt. Ja, wenn man über die Straße geht, sind doch Pipi-Moleküle. Natürlich. Pipi-Moleküle. Da frage ich jetzt den Gesundheitsminister, hat Frau Warell recht. Was wissen Sie über Pipi-Moleküle, Herr Lauschen? Wenn man auf dem Bauernhof groß geworden ist, lauf ich es dir nicht. Entschuldigung. Ach stimmt. Das ist wirklich. Danke für das. Danke für das. Danke. 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 Vielleicht ist das auch der Grund, dass man deswegen einige Widerstandskräfte entwickelt hat. Ja, das glaube ich sofort. Wenn man da erst mal so dreimal mit dem Gesicht im Fladen war, ist ja man auch egal. Unser eins leckt die Tür. Da muss ich nicht sofort übertreiben. Dafür muss man sonst schon Theaterkritikerin sein, aber das ist ein anderes Thema. Hoppala. Du hast ja wirklich sehr, sehr viele Menschen schon besucht und geheilt. Harald Glöckler. Den habe ich nicht geheilt. Ich habe mir Mühe gegeben. Die Sendung ist ja, Krause kommt, ist fantastisch. Schauen Sie sich es an. Es lohnt sich. Eigentlich lohnt sich jede Folge. Aber Glöckler ist natürlich insofern, finde ich, ein Highlight und eigentlich auch ein bisschen die Essenz deines Schaffens. Denn man merkt diesem Mann an, dass es ihn unmenschliche Kraft kostet, die öffentliche Person aufrecht zu erhalten, während dieser Eindringling zwei Tage lang versucht, das wahre Ich rauszuschälen. Ja, ja, das war auch tatsächlich schwierig. Und es gab so einen Moment, es war eh, also wir, als wir als Team da ankamen, in sein Chalet in der Pfalz, das ja auf wundersame Weise ästhetisch verschönert wurde. Und da gibt es so ein kleines Gästehaus und wir wurden in diesem Gästehaus empfangen. Und mussten dort erstmal sozusagen diese Audienz, an dieser Audienz teilhaben. Und es war damals schon, da muss man sagen, seiner Zeit voraus, denn er hat damals schon keine Hände gegeben und sich dieselben auch immer desinfiziert. Die Folge war von 2018 oder so, glaube ich. Und er hatte auch sich also explizit an den Asiaten, Zitat, orientiert, die sich nicht die Hände geben würden. Du hattest sogar Desinfektionsspray dabei. Ich hatte Desinfektionsspray dabei, ich war schon vorher auch so. Ich hatte auch schon kein Sozialleben vor Corona, insofern, für mich hat sie nicht viel verstanden. Ich habe das gut weggesteckt. Und er hatte einen Bodyguard tatsächlich dabei, der jetzt nicht so viel zu tun hatte, weil erstaunlicherweise gab es nicht so viele Attentatversuche während unseres Dresden. Aber der Bodyguard hat jetzt, es haben oft MaskenbildnerInnen so ein kleines Desinfektionsspray so am Gürtel hängen. Und da ist er immer hin und immer. Das ist so witzig. Aber ich finde das süß. Ich finde das so witzig, weil das erinnert mich an eine Geschichte, die wir hier im Kölner Treff erlebt hatten. Und zwar hatten wir hier mal zu Gast auch Harald Glöckler, der da genauso drauf war wie bei dir. Und also auch keine Berührung, also um Gottes Willen. Und wir hatten den Schauspieler August Zirner zu Gast. Und die waren in derselben Sendung. Jetzt war es halt so, also Glöckler war halt Glöckler und super. Und am Ende der Sendung war August Zirner total begeistert von Glöckler und stand am Ende der Sendung auf und nahm ihn in den Arm und sagte, oh mein Gott, das ist so klasse. Kam dann wenigstens der Bodyguard. Nein. Nein. Es kam niemand. Nein. Es ging gut aus. Ich hatte bei Glöckler das Gefühl, das eine oder andere ist in dem Moment in ihm zerbrochen. Aber es war eine schöne Verbrüterungsszene. Aber das ist toll, weil über dieses Format lernt man natürlich die Leute besser kennen. Also ich meine, da kannst du zwei Seiten Interviews führen. Aber wenn du halt bei Harald Glöckler zu Hause bist und dann stehen halt einfach im Schrank eingelegte Knoblauchzehen, erfährst du natürlich mehr über den Mann als... In einer absurden Menge auch. Ich weiß auch, wahrscheinlich ernährt er sich davon. Das finde ich ganz komisch. Oder er kauft die ein, um so ein bisschen extravagant zu wirken. Das kann natürlich auch sein. Aber das Ding ist, dass man, wenn man zwei Tage zusammen ist, dann schafft man nicht diese... Wenn wir hier so sitzen, dann sind wir ja alle in unserer Fernsehrolle und wissen, in einer Stunde ist es vorbei und dann wieder Hand in die Hose und Sofa. Aber das ist bei zwei Tagen, also dieser Penetranz, wo man zusammen ist, ist das nicht möglich. Würdest du dich reinlassen? Ich würde mich immer reinlassen, weil ich wohne da ja eh schon. Das ist nicht so eine große Umstellung. Aber ich glaube, nein, ich habe auch kein... Mein Privatleben ist langweilig. Oder magst du nicht drüber reden? Also würdest du dir diese Fragen stellen lassen, gerne, die du anderen stellst? Ich finde immer, dass, das hat Herr Laumann eben genau richtig gesagt, man darf fragen, was man will, ich bestimme doch die Antwort. Und ich fühle mich immer in der rhetorischen Lage, eine Antwort auf eine Frage zu geben, die gar nicht gestellt wurde. Der Olaf Scholz will. Und das machen Sie ja beruflich ständig. Also, der Olaf Scholz will. Fernsehen ist ja nun bekanntermaßen ein visuelles Medium. Und ich kann ja sehr viel erzählen. Aber damit Sie einen etwas besseren Eindruck noch von dem bekommen, was da so los ist bei Krause kommt, da haben wir natürlich für Sie ein kleines Bestoff vorbereitet. Komm mal, Leckerei! Hallo! Tja, hallo! Es gibt ja Gerüchte, das seien gar nicht deine echten Haare. Hattest du schon mal ein Messer so in der Seite stecken? Nee, aber im Rücken, ich arbeite im Showgeschäft. Schau ich dir meinen Lieblingsschubladen? Komm, wir zeigen dir meinen Lieblingsschubladen. Das hat keine Beschriftung. Oh mein Gott, das hat keine Beschriftung. Wie sieht es denn hier aus im Saustall? Und das ist ein Frikandel. Das ist ein Frikandel? Für mich bist du ein knackiges Babybel. Ach, Schätzchen. Was werden wir denn jetzt eigentlich noch tun? Ich habe ja Sorge, dass es irgendetwas mit körperlicher Bewegung zu tun hat. Dann machst du zum Schluss hier. Schon lange her, dass ich einen Döner gegessen habe und dabei nüchtern war. Sagst du mir wirklich eine Beschriftung? Ja, wenn ich jetzt mal einen Mann im Haus habe, dann will ich die auch neben mir haben. Gute Nacht, Pierre. Gute Nacht, Pierre. Durch den sehr intimen Kontakt mit den Prominenten hast du dir diverse Manierismen oder Hobbys abgeschaut. Bist du über die Prominenten, bist du zu Gunther gekommen darüber oder wie kam es dazu? Gunther, muss man erklären, Gunther ist mein Staubsaugerroboter. Das bisschen Sozialleben gönne ich mir. Ich taufe den Gunther, weil er sorgt auch drunter. Und inzwischen haben ja viele solche Geräte und das ist ja tatsächlich so, dass die mit einem kommunizieren und auch so Hilfe suchen sind. Hast du einen? Nee, aber Herr Laumann, der, also... Ich habe nur gehört, dass viele das haben, ja. Ja, ich dachte, so einen selbstfahrenden Trecker, der ab und zu... Mit Kehrmaschine. Mit Kehrmaschine. Du könntest das gar nicht haben, weil er würde ständig Socken aufsaugen, so wie du zu Hause lebst. Wie du mich darstellst... Nein, ich war nur dieses eine Mal in deinem Hotel, aber es hat mich wirklich... Es war verhehrend, ne? Irritiert, nicht schockiert, sagen wir es so. Ja, weil du immer so adrett gekleidet bist und so glatt auch. Ja, aber du bist doch sehr glücklich mit der von mir geliehenen Gummihose von dann gezogen. Also, was beschwerst du dich? Ja, es war ein bisschen sweaty, aber du kriegst sie zurück, ich trage sie gerade drunter. Ich versuche seit zwei Monaten, sie auszuziehen. Gunther. Ja, Gunther, entschuldige. Und das ist völlig uninteressant, ich erzähle es trotzdem, aber Gunther ist ein Staubsaugerroboter und der saugt halt meine Wohnung, während ich weg bin, damit es sauber ist, wenn ich wiederkomme. Und schafft es aber nicht. Also, es ist wirklich so ein aufmerksamkeitserhaschendes Mitbewohnerwesen. Und dann kriege ich immer so Meldungen, wie Gunther braucht Hilfe. Meldet er sich dann via WhatsApp oder was? Und dann habe ich wirklich Sorge, dann will ich anrufen, wie geht's Gunther gut und so. Aber ich mache das natürlich nicht. Ich fahre sofort hin, ich breche alles ab. Meine Eltern haben einen Staubsaugerroboter, nicht Staubsauger, sondern Rasenmäherroboter namens Franz. Und zwar heißt er Franz, weil er über den Rasen so einsam seine Runden dreht, wie Franz Beckenbauer nach dem Gewinn der BM 1990. Ich weiß nicht, der Johann guckt ein bisschen unglaublich, bist du, hast du technische Freunde? Technische Freunde? Ja, also so Geräte, mit denen du... Also so Androiden? Ja, oder einfach ein Staubsauger, der dir Nachrichten schickt. Nein, nein, nein. Ich habe tatsächlich eine Spülmaschine seit zwei Jahren, die man von der Ferne aus bedienen kann. Und ich habe sie noch nie von der Ferne aus bedienen. Ich verstehe nicht, was ist der Vorteil von einem Gerät, das man von der Ferne aus... Die kann schon laufen und wenn du heimkommst, kannst du öffnen und sagen, toll, du bist fertig. Aber du kannst sie auch anmachen, wenn du... Ja, ja, ja. Das kann man auch machen. Das ist eine Rückenstadt. Die komplette Industrie bricht gerade in sich zusammen. Ich habe übrigens von einem gemeinsamen Bekannten gehört, der ist gerade im Robinson Club auf Mallorca, dass er dort Leute traf und die haben gesagt, sie kämen aus Baden-Baden. Dann sagte er, ach, dann kennen Sie bestimmt Pierre M. Krause. Und da sagte diese Frau, ja, den kennen wir hier alle, der ist hier ab und zu auch, der war schon bei uns auf der Gartenparty. Bist du so ein Typ, der einfach bei fremden Leuten auf Gartenparty steht? Ja, ich komme da einfach mal so... Also, wenn es Wetter schön ist, jetzt wäre blöd. Aber dann komme ich... Nein, ich wüsste es nicht. Ich würde jetzt wirklich gerne wissen, wer das war. Das würde ich jetzt... Also, das werden wir in Erfahrung bringen. Also, bist du privat nicht so leutselig, wie dein Beruf es erwarten lässt? Ich habe ja tatsächlich... Das kennst du vielleicht auch, aber du bist ja ein sehr leutseliger Typ. Aber wenn man so stellt... Ja, doch schon, oder? Du bist auf jeden Fall ein sehr mitteilsamer Typ. Das ist richtig, ja. Und ich bin dann tatsächlich privat gerne überhaupt nicht mitteilsam. Also, mich kostet es auch wirklich Überwindung. Und für mich ist es Arbeit, Instagram beispielsweise zu bedienen. Das ist selten so... Kommt selten aus mir heraus. Also, Herr Laumann, wo ich Ihnen jetzt Pierre M. Krause vorgestellt habe, wann darf er bei Ihnen klingeln und kommt vorbei? Ich bringe auch Gummistiefel mit, die ich vor der Tür ausziehe. Wäre schon ganz gut, wenn er sich vorher anmeldet. Ja? Ja. Ja, das macht er, der klingelt ja vorher. Auch Herr Laumann will aufräumen, bevor der Krause kommt, ne? Das will ich gar nicht sagen, aber ich muss ja wenigstens zu Hause sein. Ja, das ist wichtig. Mehr vom Vorteil? Ja, das ist wichtig. Deswegen, also ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für die öffentliche Demontage Pierre M. Krause. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.